So, willkommen zurück zu Kostik 2. Mal gucken wir hier, was wir noch aus Kipp rauskriegen. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings. Ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Weil, jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt um. For Raven, musst du dich in Acht nehmen, sage ich dir. Das höre ich nicht zum ersten Mal heute. Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Barditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Diese Banditenschweine haben sie mit Sicherheit auf die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Die nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben es mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten, das waren mindestens 20 Flaschen. Oh. Tja, äh, 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 äh. Kann ich da was tun? Habe ich Grog bei? Wegen des Grogs. Dir fehlen 20 Flaschen, sagst du? Ja, verdammt. Das war mein gesamter Vorrat. Das kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht so. Erzähl mir nicht so. Kannst du mich nach Korinus bringen? Nee, ich fahre später. Ich werde mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Ach, dieser Säufer. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Lagerbestände. Äh, äh, ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker was? Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm gleich abkaufen. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Nein. Ja, was kannst du mir über Francis erzählen? Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei. Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Das erzählst du mir so einfach? Wegen des Grafs. Dir fehlen zwar... Ja. Stimmt, wo er rausplündern kann. Ja, Taschenübsch, der kann ich leider nicht so gut, ne? Habe ich mit Brenton schon geredet? Sieh an, ein Neuling und ne Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für den Piraten. Tja. Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte... Aber warum... Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß dich mit so nem billigen Fusel an. Tja. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Äh... Bist neu hier, was? Gut. Wir können jeden Mann gebrauchen. Äh... Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle... Ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Äh... Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer, dass sie mordsgefährlich und uns zahlmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Und nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass dem Mistkellen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Ist aber interessant, dass der Pirat... Das ist eigentlich eine ziemliche Einsicht, oder? Zu sagen mit... Naja, vielleicht haben sie das... Also darüber überhaupt nachzudenken, warum sie das nicht gezahlt haben und warum sie nicht gezahlt haben. Das ist ja schon eine ernsthafte Überlegung, oder? Na gut, äh... Was weißt du über Francis? Du meinst, außer, dass er faul und unfähig ist? Ja. Lass mich mal überlegen. Nein, mir fällt sonst nichts ein. Hahaha! Diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Hab ich? Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann! Boah! Wo hab ich den denn geplündert? Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis? Der spielt sich auf, als wäre er unser Käpt'n. Aber warte mal ab, wenn Greg wieder da ist. Dann kriecht er wieder unter seinen Stein und ist klein wie ein Flusskrebs. Wenn du mich fragst, verarscht er uns alle. Ich wette, er arbeitet in die eigene Tasche. Von mir hast du das nicht. Und solange es keine Beweise gibt, würde ich das an deiner Stelle auch nicht laut rum erzählen. Tjo, was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespülten Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen. Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespürt. Warum klickt er mal anders? Und sonst? Francis ist eine absolute Pfeife. Alles läuft hier drunter und drüber, seit der Lageranführer ist. Und sonst? Mein Gott. Also außer das waren anscheinend zwei Persönlichkeiten, die ich meinte, dass da oben ist, Francis? Das ist doch alles nur Gerede. Jo, aber mit denen war das Letztes. Erstmal Infos reinhummeln. Ich sollte doch irgendjemand Fleisch geben, oder? Bitte? Alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst du ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin? Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Tjo. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also, wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corines geblieben. Oh, da war ein Corines. Äh, 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 kennen wir ihn? Bill? Bill, Bill, Bill. Vor allem, hier besteht eine Palisade nicht eigentlich so aus Stämmen, die irgendwie zusammengebunden sind? Na gut, vielleicht, na, 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 die zusammengebunden sind auch nicht so, dass das nicht so sind. Was brauchst du für so eine Palisade realistisch? Also, wahrscheinlich eigentlich nur vergrabene Stämme, die irgendwie vielleicht oben zugespitzt sind, damit keiner rüberklettert. Ich nehme aber an, das wäre aber vielleicht irgendwie günstig, wenn man die irgendwie zusammenbinden kann. Also, wenn du irgendwie 20.000 Meter Seil hättest, wäre das auch nicht schlecht. Könnte die wahrscheinlich auch zusammen nagen, müssen die hinten abstützen, damit sie nicht einfach umgekippt werden. Da kommt doch auch an, wie tief sie versenken. Ansonsten müssen doch so Palisaden eigentlich relativ simpel sein, oder? Also, warum muss man, was muss man dabei sehen? Ich suche Angus und Hank. Äh, ich hab keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Haaa. Du warst in Corinnes? Ja, ich hab mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Und als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr für ein paar krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Das lockt doch jemand nicht an die Mission. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein. Sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Jojojo. Ähm. Taschendiebstahl. Das ist interessant, dass er das hier anbietet. Das klingt halt, das ist halt total der rote Hering. Das hier, das wahrscheinlich geht darum, dass ich Francis den Schlüssel aus der Tasche klauen kann. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Jo, okay. Wo ist jetzt der Typ mit dem Fleisch? Ich weiß nicht, ob ich das richtig ist, dass ich das gleich schon verbraten habe. Eigentlich habe ich da jetzt mit allen... Ach, hier, was da hinten ist. Also, komm hier nicht so. Was ist denn hier noch? Ein rostiges Schwert. Oder eine Pfanne. Du hast doch die falschen Leute gehört. Ja, ja, bestimmt. Pirat. Zuck. Hier ist ein Wasserpfeife. Holla, je. Bier. Ich kann doch mal ordentlich einen durchziehen. Hervorragend. Weiß ich, so Shisha alleine ist, glaube ich, auch nicht so richtig entspannt, oder? Das ist doch alles nur Gerede. Ich kriege von Shisha immer irgendwie doos Salz kratzen. Ich kenne das eigentlich nur als soziales Event. So, wer wollte jetzt das Fleisch haben? Ich habe wie immer nicht aufgepasst, zugegebenermaßen. Aber theoretisch müsste ich doch mit dem MBC, die das Fleisch haben, sollte schon gesprochen haben, oder? Und der da vorher hat keinen Namen. Ich erzähle noch irgendwie weiter. Oder ist das der Typ in der Höhle, der es auch haben will? Hm. Hier läuft doch so leichte Hafenmusik im Hintergrund. Warum hat die übrigens... Ach, na, der liegt da hinten noch. Wer schläft denn hier am... Ach, morgen. Am helllichten Tag. Äh, hier. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Puh. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. Ach, Wachholder. So, besser. Also nochmal. Was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch. Von Alligator Jack. Ich erinnere mich. Genau. Das Fleisch. Gib her. Was? Das ist alles? Hast den Rest selber gefressen, was? Na ja. Na ja. Egal. Na ja, neun von zehn. Das ist gar nicht so schlecht. Oder was? Woher ich das vielleicht auch sehr verbraten habe? Na ja, gut. Äh, was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich hab ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt. Ach. Tust du auch mal was? Hey. Nicht frech werden. Ich hab die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Komm das her. Äh, ach so, ich kann nämlich einen Schluss drauf anschließen. Das ist ja schön. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön brav Bretter sägen. Hallo, Siro. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Habe ich einen Ring gefunden? Wegen... Wenn du meinen... Okay. Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen... Praktisch leider habe ich gerade eine Zweianwaffe. Äh, ja, stimmt doch. Leg dich wieder hin. Leg dich wieder hin. Das sagt ein Arbeitskollege von mir auch immer. Noch viel Spaß hier erst. Der gute Mann ist technisch gesehen mein Vorgesetzter. Obwohl, jetzt ist man in einem Büro. Jetzt macht das nicht mehr. Vorher hat das immer getan. Wenn ich das so, wenn ich angerufen habe, wo ich noch in einem anderen Büro gesessen habe. Und dann hat er wirklich jedes Gespräch gelten. Und dann leg dich wieder hin. Dann hatte ich mir wirklich... Der fühlt sich aber ein bisschen verarscht. Ich habe so gut wie nie auf Arbeit geschlafen. Oh ja, das ist eigentlich Mist. So, das ist der Müll. Äh... Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kegel runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken. Hier. Mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt Schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Hopp! Oh! Äh. Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. So, einer reicht ja wohl, oder? Rum. Äh. Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. Rum. Echter Siemens-Grog. 10. Weißer Rum. Schinken. Bier. Wacholder. Oh, Quatsch. Oh, Sumpfkraut. Und Laborwasserflaschen. Ich glaube, ich hab in derweil genug. Ich hab dazu schon nicht mal alle eingekauft, die ich so finden konnte, oder? Oder auch nicht. Hab ich echt keine mehr? Ich hab noch Flügel übrigens, fällt mir gerade so auf. Was ist das hier eigentlich noch? Kopf der Fangheulschrecke. Okay, ein bisschen Loch weg. Das ist hier eigentlich noch. Dieser Ring öffnet das Portal. Warum hab ich den noch im Moment da? Ich hätte behaupten können, den hab ich verkauft. Hier die Runendinger soll ich übrigens kaufen, hab ich gehört bei allen. Ich hab auch da, boah, Wasserflaschen, also alles gut. Ähm. Stängel-Sumpfkraut. Aber gut, ansonsten. Was gibt's Neues im Lager? Naja, gut, das ist ein Piraten, was erwartet man, oder? Ähm. Ich will mit dir über Francis reden. Hör mir bloß auf mit diesem Möchtegern-Käpt'n. Er sitzt sich den ganzen Tag den Hintern breit und kommt sich wichtig vor. Wir würden alle gern wissen, welcher Teufel den Käpt'n geritten hat, ausgerechnet ihm das Kommando zu übertragen. Was willst du von dem Schnösel? Tja, da, da, da. Ich muss in Greggs Hütte. So, und was willst du in der Hütte? Ich brauche eine Banditenrüstung. Haha. Francis würde dich nie freiwillig in die Hütte lassen, damit du ein paar von Greggs Sachen mitgehen lassen kannst. Es sei denn... Ja? Du hast was, was er unbedingt haben will. Ich weiß, dass Francis in einer verlassenen Mine im Canyon irgendwas versteckt hat. Hab mal mit ihm zusammen Wache geschoben. Er ist wie immer eingepennt und hat im Schlaf davon gefaselt. Ich hab keine Ahnung, was er da verbuddelt hat, aber vielleicht ist es ihm so wichtig, dass er dich dafür in die Hütte lässt. Hahaha. Wenn der Käpt'n wiederkommt und ein paar von seinen Sachen fehlen, zieht der Francis das Fell über die Ohren. Hä? Na gut, äh, ich will mal dazu den Grog abholen. Vor allem kann ich den Grog nicht billiger bei ihm kaufen, wenn ich direkt ins Menü das mache. Äh, äh, bei mir. Echter Seemanns-Grog. Na gut, der kostet auch 10. Aber es ist definitiv komfortabel, er hinzu zu kaufen. Na gut. Gib mir Rum. Gib mir Rum. Äh, die Mutter im Ill... Jetzt hab ich Rum erhalten. Was ist der Unterschied zwischen jetzt Rum und, und, und das andere Zeug? Das müssen wir jetzt mal evaluieren hier. Äh, wie viele Plätze kann das inventar haben? 1024, ja? Weißer Rum. Also ich, warte, ich hab's aber gerade noch. Exilgeschwindigkeit, Dauer, äh, zwei Sprinten, Stärke-Vonus 3, Exil der Stärke. Die sind ja dauerhaft, oder? Die will ich ja noch nicht trinken. Extrakter Heilung. Dem ist es nur 70? Ne, das heilt nur, ne? Genau. Ah, wo ist jetzt hier rum rum? Sieht gefährlich aus. Wirken, wirken, wirken wahrscheinlich. Das ist der, der schnelle Hering, nehme ich an. Ne, das können wir ja anderen Typen bringen. So, ich kann nicht, sag mal. Ne, ich wollte echt einen Rumpf, ich wollte echt einen Rumpf um den Tisch klauen. Okay, noch was braun? Marthrin, zum Beispiel. Zu wenig Rohstoffe, ja, wenn mir das, das andere Zeug führt, ne? Na gut. Na gut, na gut, na gut. Judi! Dann können wir ja eigentlich erst mal... Ach, Barane, Mensch, das ist ja großartig. Das ist ja großartig. Bis zum nächsten Mal.